Musik Oh Männer, das ist jetzt rot. Wir sagen guten Morgen, am nächsten Tag. Heute sind wir zu viert auf dem Boot. Tobias muss erstmal seine Klamotten aufräumen und Vater will ein bisschen abasseln, ist ja auch okay. Und wir gehen heute auf Seehecht ja auch. Oder? Wir probieren ja zumindest. Ja und alles. Wir nehmen natürlich auch mal Krälen oder alles andere was anbeißen, aber Seehecht verkriegen wir mal. Und vielleicht haben wir erst dann erfahren, dass hier vor ein paar Jahren ein russisches Schiff drin gefahren ist, was kaputt war, repariert werden sollte. So drei, vier Jahre hat sie drin gestanden. Dann kam der Strom, hat es kaputt gemacht. Dann haben sie es rausgeschleppt, irgendwo hier. Und dann haben sie es versenkt. Und da sollen jetzt die Krisen längst warten. Aber das muss man natürlich auch erst mal finden, ne? Wir schauen mal. Da sind wir am Hafen. Angekommen. Da hinten ist unser Boot. Und jetzt werden wir euch mal zeigen, wie anstrengend es ist, mit diesem Boot loszufahren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Fischotter. Glaub ich schon. Sind ja auch noch Fische hier. So. So. Wie versprochen, wollen wir euch jetzt zeigen, wie es hier jetzt abläuft mit dem Boot. Also. Bevor wir abfahren, haben wir hier diesen tollen Schlüssel. Dann gucken wir nach, ob da noch Diesel drin ist. Denn es ist eine Dieselschnecke. Das rumpelt und pumpelt, wenn man das Ding anmacht. Dann gucken wir uns mal an. Dann gucken wir uns mal an. Also tanken muss man jetzt natürlich nicht jeden Tag. Ich meine, das ist eine Dieselschnecke. Die verworrt jetzt nicht so viel. Das war jetzt erstmal Tanknacht. Ich mache den Dreh dazu. Dann machen wir den Trichter drin. So, das war also erstmal Tanknacht. Jetzt geht es weiter, können wir hier aufklappen? Weiter, noch nicht kühl für sich weg, kommt die nächste Luke. Erst die Olle Küste, oder? Die Küste, dann können wir raus. Genau. So, dann geht es weiter mit der technischen Wunderbarkeit. Den Hane kannst du, kann man schon aufdrehen, oder? Nein, nein, nein. So, da muss der Maschinist dran. Ne, war ja. Gib zu der Seite, ja. Na, reicht doch so, Ener hält feste. Ja, kann ich nicht. So, jetzt rüber ist er noch ein bisschen. So, genug? Ja, jetzt muss er ein bisschen raus. Ich wollte gerade sagen, das haben wir uns selbst recht, sonst müssen wir noch mal ran. Die Klappe oben machen die Hand. Jetzt brauchen wir den Schlüssel. Ne, kein Problem. Dann muss er rinnen. Ja, ja. Ich frage, was das ist? Das ist der Yang-Hebel. Ne, ist die Schraube. Na ja, so ein Yang. Da ist der Yang drin. Ja, das ist einfach nur das. Oder Kupplung muss er machen. So, jetzt soll er eine schwere deutsche Technik. So, jetzt machen wir mal Strom an hier auf dem Boot. Hauptschalter. Hauptschalter? Batterie-Hauptschalter jetzt. Zack. So, fertig. Hebel aufmachen. Dann musst du noch mal rinnen drauf. Ja. Genau, die Fettgröße muss gedreht werden. Wasserhebel. Dann musst du den Hebel aufdrehen, dass das Wasser hier durchläuft. Und dann fahren wir. Jungen wird erbeutet haben, das Boot. So. Jetzt vorglügen. Jetzt vorglügen. Dann muss ich den Knopf drücken, vorglügen. Schriffe darin drücken, drehen und vorher erst aufmachen. Ok, da wurden dörert. Schmerzen drauf. Das war scheiße. Es ist nul. Noe, spinne noch nicht! Ja, bitte! Dörert! Ja, bitte! Das war nicht so. Jetzt baut, Kantein. Sie können nachdenken. Oh, jetzt habt ihr mal gesehen, weil das hier für ein Struggle ist, mit dem Ding hier irgendwie rauszufahren. So, jetzt fahren wir mal ein Stückchen und dann gehen wir. Schwimmfest natürlich. So, ankommen sind wir. Erstmal an der ersten Stelle. Mit Nieselgleich. Aua, jetzt kriegen wir mal was hier. Oder erstmal, soll ich einen Makrelenvorpack anmachen? So, 41 Meter. Und Stefans Seite ist die richtige. Wo ich hier? Ja, ich glaube auch nicht. Oh, das ist nicht da. Okay. Gut. Bist du unten? Guck mal. Oh, das ist aber schön verkühlt alles. cuz wenn wir uns gelenek долларfully anpassen. Zeig Sheringly einmalig einen Raum auf ... Löwe pur auf der Vache in Cohen hin einplan ein. Ja, erklären, simpler. OSTER wird versuch. Wahnsinn! Tja. Oh, da drei Jahre 60 Stunden, ja. Ja. Anarchat. Dann llamado die Energien abgebaut. Da kommen die Wellen hier her. Verrückt, wa? Ja. Du hast von hinten hier eure Fähre die da rüberdonnert. Die werden hier hin und her. Wenn die sich zusammentriffen, die Wellen, meine ich jetzt. Ja. Aber wenn die Fähren zusammentriffen, dann werden wir uns ausprobieren. Und dann wird das eingetiegen. Das ist zwar schiesig, aber vielleicht geht das schöner aus. Einfurt. Vielleicht auch ein Schleimer. Tintenpfiff. Tintenpfiff kann auch sein. Es kann alles sein. Das ist ein... Der ist ein guter Anstecker. Würde ihn, wa? Ja, den kann er mitnehmen. Franzosenbruch. Franzosenbruch. Schon wieder ne Art. Oh ja. Kühlerfische. Wenn wir Bienen in den richtigen Brummer fangen, dann jede schon. Der Wind brischt auf. Von der Innenseite. Deswegen werden wir jetzt da rüberfahren. Hinter dem Berg. Und hoffen, dass uns der Wind da nicht so erwischt. Was zu sehen ist ohne. Echolot. Die ersten Makrelen haben wir. Warte. Warte. Die sind so ein kaltfestes. Warte. Feuer. Ja. Da liegen wir auch immer rein. Aber nein! Oh! 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 Immer die Pika-Kiste zumachen! Und so sieht die hier drin aus, in den Bings! Das ist ganz besser hier, so sieht die hier drin aus in den Bings! Auch eher so semi! Aber es ist ja schön, dass man ein wenigstens Raum hat, weil es bindig ist und so, wo man mit dem anderen Seite ist. Da sind es aber natürlich auch viel Platz weg! So, eigentlich wollten wir ja rüber fahren, aber wir haben jetzt hier einen Schwarm gesehen, da sind wir rüber gefahren. Und jetzt wollen wir mal kicken! Ob ich nicht vielleicht doch was... Ich denke, dass wir ja mal ein bisschen Dollar anzudribbeln hier... Also lass mich aufbringen, da sind wir ja nicht. Ent Сергal! Ich kann auch nicht hinig auf. Ich kann auch nicht einsen. Ich kann auch nicht mehr, wenn ich zu haben... Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht mehr verdient werden. Ich hab ja den anderen sicher recht ruhiges Auto, seine große. Ich denke mal auf die Plätze, die wir da gebissen haben. Das ist doch immer der. Kann los sein. Keiner, wer sitzt. Kann alles sein. Kann alles sein. Das ist doch gut. Der ist jetzt ab. Oh, Scheiße. Wir haben uns doch nicht oben dran. Ja. Das ist doch gut gemacht. Das ist doch gut. Oh ja. Oh ja. So, wir sind auf der anderen Seite angekommen. Der Regen hat ein bisschen zu genommen. Aber das soll uns nicht abhalten. Auf jeden Fall ist das hier windmäßig ein bisschen ruhiger. Wir können halt immer nur ab und zu ein paar Wellen kommen, wenn die Olle Fähre vorbeifährt. Das kann nicht auch halten. Aber das halten wir auch. Das ist doch gut. Wie tief ist denn das hier? Äh, 15. 15. 15. Das müssen wir wünschen. Aber rein gehen. Super. Oh, es ist wirklich nicht gek cookies. W Hoffnung, ich binhole. Ja. Was ist das für heute? successfully. Oh ja, also rundum zeigt das reiche ich an. Oh, da kommt er. Na, ich bin runter. Mal kreieren. Im ganzen Fluch. Das sieht doch ganz gut aus. Also grundmäßig jetzt. Topi Topi. Da sind doch schon ein paar schöne Räuchermarken dabei. Ja, da müssen wir noch ein bisschen schwerer ran gehen. 120 reichen hier aus. Das ist die Lack. Oh, die Bremse. Das ist die Lack. Oh, hier muss man ja drücken. Oh, hier muss man ja drücken. Ich weiß nicht. Oh, hier muss man ja drücken. Oh, hier muss man ja drücken. Oh ja, hier muss man ja drücken. da hat die Sauger da oben, ist wieder da der Seelachskäuber zu ruhen lassen naja, muss ich mal beruhigen kurz, muss ich mal die da mal ein bisschen begleiten ein bisschen dauert das ja bestimmt noch aber sieht schon ein bisschen besser aus, wenn sie eine Schnur genommen und so, könnte das schon 70 Jahre sein wie viele Profi wich da deine Route? ah besser oh wie schade oh wie schade ja ich könnte dir schon ein bisschen was anbieten das ist aber gehende Leere an dem Schuh haben wir auf jeden Fall vielleicht nicht was fahren fahren wir mal ein bisschen weiter vor der Motorrad vielleicht können wir auch mal ein bisschen rumfahren hier, dann sind wir noch nicht so am Weg ja bis zur nächsten Spitze, nicht an dem Schild anhalten ja ja hier ist volles Risiko ey echt nur ein Jummi, Marc? ne 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 ach so, das ist voran naja so, naja dann gucken wir mal ob hier einer zuhause ist vielleicht Risiko wie viele Grad sind denn hier, äh wie viele Tiefe das erste Mal, dass ich hier die Schere Route in der Hand habe das ist ja gleich ein ganz anderer Gefühl zwei Stück schon fein ah, da haben wir auch eine falsche Seite reingeschmissen ich, 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 da muss ich eben länger drehen jetzt doch du kannst ja nochmal rausziehen, kannst du auf die Seite hinten das ist schon einfacher ja, aber und nun oh, das ist auch wieder ist auch sorry das ist ja geil wie viele Gramm hast du dran, wobei? 400 oh da ist er doch ganz fies durch die Auge gehakt aber er wollte ihn haben so, da hat er mehr regnet, können wir auch mal die Kamera da anmachen hier Alarm mal Alarm mal ja und jetzt luft es ruhiger jetzt ist das besser und viel besser ist das hier zufer jetzt? ne 70 Meter naja, aber jetzt musst du die andere ruhig das ist die Strömung auf jeden Fall nicht so krass oder das ist ja der Wind er wird schon ziehen alles immer noch auf dem Grundniveau? ja, ein bisschen drüber halt also ein bisschen drüber also das ist 73 Meter und so ab 50 so 50 58 71 ne so in die Drehluft ja also bis zum Grund und 20 Meter hoch oder 30 und dann runter jetzt packen wir die Fülle jetzt packen wir die Fülle feine Drift ja also und du dreist noch nicht ab genug im Fülle das ist das hat die große Bähreter gesagt blaue ist mehr der Elbe ist mehr und so verrückt aus, wenn so eine Wolke direkt vor so einen Berg steht sieht man so verrückt aus, wenn so eine Wolke oh, da ist er ja oh, da ist er los ja schön oh, ich fahre mal ein bisschen auf die Begumse kann er sich ausbauen ja 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 jetzt ist es jetzt gegen den Fischi bestimmt naja fühlt sich aber gar nicht so schlecht an der liegt auf Kronen ja das war ein schöner der wird nüter ja 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 er hat gar keine Lust hoch zu gucken ja er sieht das Lied das mag er nicht aber wer das Ticket löst der muss bis zur Inflation mitfahren so einfach das Fisch ja er kann doch nicht durch ausrecken ja 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 das geht ein bisschen höher, wa? beim runterlassen hatte die Stopp auf einmal vom Grund also war noch nicht unten angekommen ja wie tief ist denn das hier? das wird jetzt nicht mehr so lange dauern Garf da liegt das vor dir vor der Hänge hier hängen die Benen vor deiner Benen liegt doch das Garf naja, das ist garf der Halskniffel der ist aber am besten der Halskniffel der ist aber am besten der ist gut zwar, Norbert? ich meine, der ist Fisch nicht der Fisch oh schöner der hängt aber gut der hängt gut der hängt gut der uiuiuiuiui schöner ist der jetzt auch so ein vollgefressener guck doch mal an vollgefressener ist er doch auf jeden Fall schön schöner einfach im Fall weiter da ist er doch doch ist er doch sehr gut schöner Seelachs ja Leute Einzelhaken gar nicht so schlecht für Köder und auch um die Hänge abzumessen alt holler das ist das verrückt Quite después hin sch immer ja Wo ist die Wellenmange? Da sind doch Schneerauben schon zu sehen, also... Das wird wahrscheinlich jetzt so sein, dass der Wind erst viel, viel später von hinten einsetzt. Oh Gott! Ja, da hast du ein Dünn und Schuh dran. Na ja... Das ist was. Das ist was. Das ist ein Tücher dran. Das ist ein Tücher dran. Der dritte. Die Snowballkeimer. Ganz vorsichtig hochpumpen. Ja, ist jetzt nicht so perfekt. Ich drehe. Wie ich sehe. Besser nicht. Da kommt doch. Kommt doch? Ja. Da kommt doch. Was ist es? Fisch. Ist das ein Fisch oder ein Lenk? Der hängt ganz nah. Der hängt ganz knapp ab. Gib mir mal. Der hängt an der Lippe mit B-Dringer fest. Naja, aber nee, nee, nee. Wo sind die? Der kommt nach vorne ein bisschen. Der Steifenbock. Ja. Okay. Auf geht's los. Die Dauer. Komm mal so fahren, oder? Ja. Ja, also ihr seht ja, das ist ja wirklich ganz schön wellig geworden. Hey, Dieter. Äh. Und dann fahren wir lieber erstmal irgendwo ein bisschen unter Land, wo es vielleicht ein bisschen besser geht. Das ist ein Abenteuer hier anzulegen. Oh Leute. Wir haben es geschafft. Bord ist aufgeräumt. Ach, Dieter. Was hast du denn hier für ein schönes Brett? Wo ist denn das denn her? Die Möwen sind satt. Die haben die Fische ausgenommen. Und jetzt geht's wieder hoch. Gucken, was die anderen in der Zeit erlebt haben. Ja, ich meine das ist ja nicht schlecht hier. Wenn ich den Schlacht geholt hätte. Ja. Hier unten. Da ist es ja. Der kleine hier. Aber hat er uns ja nicht gezeigt. Da braucht man doch kein Klösschen für jeden, wo man so hat. Flapp, flapp, plamm. Leute. Da ist es auf jeden Fall. Das waren ganze Ende Winde hier geworden. Also ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Aber es sind ordentlich Schnee rum drauf. Und von daher alles richtig gemacht. Trin gefahren. Sicherheit. Da muss ich ja auch nicht drauf anlegen. So Freunde. Was macht man, wenn man nicht angeln kann? Wollen wir halt irgendwas kochen. Vielleicht zum Beispiel. Wir haben ja ein paar Fische hier gefangen. Ja, genau. Irgendwas mit Fisch muss er zu gut haben. Jetzt kann er Fieslinge hier mal aufmachen hier. Wir kochen erstmal den Fisch. Genau. Schöne Fisch. Genau. Wir machen erstmal eine Basis. Riecht schon gut. Kurz entschlossen. Weil es zu windig ist. Und wir haben ja die drei Rotbar schon noch hatten. Und haben uns dafür entschieden, den zweiten Test zu machen. Mit dem Fischräucherofen. Diesmal wirklich nur 20 Minuten. Und ja, Rotbar schon diesmal. Wir zeigen euch nachher wie sie aussehen. Freunde. Wir werden gerade rechtzeitig fertig. Ich büxel hier weg hier. Wir sind rechtzeitig fertig hier mit dem Heuchern. Irgend so regnen. Hoffentlich. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier ein bisschen besser geworden ist. Jetzt sind wir wirklich exakt. 20 Minuten wollen wir machen. Jetzt. 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 Jetzt.